Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, vielen, die mit TYPO3 arbeiten, denen sagt der Begriff Save and Close Button etwas. Das ist etwas, das gab es früher und das wird von vielen seit einiger Zeit schmerzlich vermisst. Auch von vielen Redakteuren, die täglich im Backend arbeiten und da sehr viel klicken müssen. Gute Nachricht, in TYPO313 kriegen wir etwas sehr Ähnliches. Schauen wir uns jetzt mal nach dem Intro an. Ja, okay, vor ein paar Tagen kam auf Twitter oder auf Mastodon, ich weiß es jetzt nicht mehr, ein Post vom Andreas Kinast, dass es wieder diesen Save and Close Button geben wird oder zumindest etwas Ähnliches. Und das gucken wir uns jetzt mal direkt an. Und zwar, ich bin hier auf GitHub, da können wir ja die Commit Messages verfolgen oder lesen, also die Entwicklung von TYPO313, ja, direkt verfolgen. Und da gibt es jetzt seit einigen Tagen ein Feature, Add Keyboard Shortcut in Form Engine for Save and Close. Mit TYPO313 wurde ja die Shortcut-AP eingeführt. Da gab es auch schon das Tastenkürzel Command-S oder Steuerung-S, um etwas zu speichern. Also egal, was es ist, ob das jetzt ein Content-Element ist, in dem man arbeitet oder die Seiteneigenschaften oder was auch immer. Und das wurde jetzt erweitert, um Command oder Control-Shift-S, um zu speichern und zu schließen. Also es gibt keinen Save and Close Button, wie es früher gab, sondern es gibt jetzt einfach einen Tastenkürzel. Und das finde ich persönlich eigentlich noch besser. Und das gucken wir uns mal direkt an. Ich habe jetzt hier eine 13.1-Dev installiert. Das heißt, das ist der aktuellste Stand, den man sich jetzt momentan installieren kann, ohne großen Aufwand. Und da funktioniert das schon wunderbar. Und egal, was ich jetzt mache, ob ich jetzt ein Content-Element zum Beispiel neu anlege, nehmen wir einfach mal ein Text-Element, ich schreibe hier irgendwas rein und jetzt kann ich hier Command oder Control oder Steuerung-S drücken und dann wird das Element gespeichert. Das sehen wir auch hier unten. Wenn ich jetzt aber zusätzlich eben die Shift-Taste gedrückt halte, also Command-Shift-S bei mir auf dem Mac, dann wird gespeichert und geschlossen. Oder ich kann auch hier in den Seiteneigenschaften das sehen. Ich gehe hier rein, könnt ihr zum Beispiel eine Änderung vornehmen. Command-Shift-S, speichern und schließen. Wir sehen auch, hat das wirklich gespeichert? Ja, hat er. Und das finde ich schon echt super. Das ist eine kleine, aber feine Änderung, die ich glaube gerade bei Redakteuren, die täglich viel im Backend arbeiten, sehr positiv angenommen werden wird. Ich habe schon von vielen gehört, auch in Schulungen, dieses zweimal oder dreimal klicken, um irgendein Element zu speichern und zu schließen. Ja, eigentlich sind es zwei Klicks. Das summiert sich mit der Zeit, wenn man wirklich viel arbeitet. Und da ist das eine riesige Hilfe. Also danke an Andreas und Grüße gehen raus für dieses Feature. Ich finde es sehr cool und ich bin sicher, viele andere werden es auch cool finden. Ja, das war es zu diesem Video. Ein sehr kurzes Video. Ja, wir schauen einfach mal, was sich bei der Entwicklung in TÜP 3.13 noch so tut. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es wird von mir natürlich auch wieder einen neuen Videokurs geben. und ich verlinke dir unter dem Video auch einen Link. Da kannst du dich in die Warteliste für den neuen TÜP 3.13 Kurs eintragen. Der Vorteil ist, wenn du das machst, du bekommst früher Zugang zu dem Kurs und es wird auch einen Frühbucherrabatt geben. Mehr verrate ich jetzt noch nicht, aber es wird sich definitiv lohnen, wenn man sich jetzt schon da anmeldet. In diesem Sinn, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder vielleicht dann im Videokurs. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020